Wir haben ja ein Thema, ich glaube, das selten mal so eine differenzierte Sicht gegeben hat über diese Dinge wie in der heutigen Zeit. Bei uns in der Tageszeitung war ein Zeitungsartikel von frommen Leuten. Da stand drin, Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein. Da ging es um ein Friedensgebet. Wir haben in der Endzeit ein Problem. Ich habe das lange nicht erkannt. Der Apostel Paulus warnt uns ja in 1. Timotheus 6,20 vor der Gnosis. Die Gnosis war geistlich eine Richtung, die hat in der Urgemeinde schon begonnen, teilweise geistliche Inhalte zu zerstören. Und zwar die Gnosis hat folgende Gedanke. Aber das ist der Grundgedanke. Der Gott des Neuen Testamentes ist der Gott der Liebe. Der Gott des Alten Testamentes ist der Gott der Rache. Die zwei haben nichts miteinander zu tun. Und das baut sich jetzt in der Endzeit ganz massiv aus. Die Leute stellen sich alle gegen den Krieg und sagen, das will Gott nicht und wir müssen beten, dass es kein Krieg ist und so. Es tut mir leid. Es ist welchen Unsinn. Ich lasse uns jetzt einfach ein paar Dinge. Und mir geht es darum, die Bibel sagt in 1. Korinther 15,34, dass es nicht gut ist, wenn wir als Gläubige keine richtige Erkenntnis Gottes haben. Und zwar, er sagt dann, denn etliche haben keine Erkenntnis Gottes. Das sage ich zu eurer Beschämung. Wenn ich ein falsches Gottesbild habe oder ein falsches Menschenbild, dann werde ich völlig falsche Erwartungen aufbauen, auch in der Endzeit. Dann werde ich Enttäuschungen erleben, weil nämlich das, was ich mir vorstelle, in Wirklichkeit gar nicht der Wahrheit entspricht und Gott das überhaupt nicht tut. Und ich werde in der Endzeit höchst gefährdet sein. Es ist wichtiger denn je, dass man in der Endzeit, in dieser schlimmen Zeit, ein vollkommen sauberes Bild Gottes hat. Bei den 10 Geboten, was heißt, du sollst dir kein Bildnis machen? Natürlich war da zuerst diese Götzebilder gemeint. Aber es gibt einen Götzedienst, der spielt sich in unseren Köpfen ab. Wenn ich mir nämlich ein Bild von Gott mache, das überhaupt nicht stimmt. Und da kommen völlig falsche Vorstellungen zustande. Und ich möchte mal ganz vorab sagen, dass hier überhaupt keinerlei, sagen wir mal, falscher Eindruck aufkommt. Gott ist im Gegensatz zu den meisten Menschen, im Gegensatz zu den meisten Frommen, kein Humanist. Es ist der dreimal heilige Gott, von dem die Bibel sagt, dass er so heilig ist, dass er die Sünde nicht einmal ansehen kann. Der so heilig ist, dass er im unzugänglichen Licht wohnt, wo nicht einmal irgendjemand hinkommen konnte außer dem Herr Jesus. Und dieser dreimal heilige Gott, der hat einen heiligen Zorn über jede Sünde. Das muss man mal feststellen. Auch dieses dumme Wort, mich ärgert kaum was, wie das Wort, der liebe Gott, wo steht das? Hat mir ein Prediger gesagt, das war ja auch extrem, hat er gesagt, lieb ist der Hund von meinem Nachbar. Gott ist ein Gott der Liebe, aber nicht der liebe Gott. Weil Liebe ist immer harmlos. Aber Liebe ist was ganz anderes. Das Wort Agape, Liebe, wird definiert, wenn man es vom Griechischen genau untersucht. Das heißt, für einen anderen, mit einem unverbrüchlich festen Willen, das Beste suchen, egal was es mich kostet. Gott hat es den Sohn gekostet. Das ist wahre Liebe. Aber er ist trotzdem nicht nur der Gott der Liebe, er ist schon dreimal heiliger Gott. Und mir ist wichtig, dass das heute Abend rauskommt. Gott ist kein Humanist. Der größte teuflische Verführungsbereich der Endzeit ist der Transhumanismus. Und inzwischen wird der Mensch zum Götze hochstilisiert. Es dreht sich alles nur um den Menschen. Man kann sich überhaupt nicht vorstellen, dass Gott es genau 180 Grad gegenteilig sieht. Und es ist einfach das menschliche Denken. Selbst der Herr Jesus musste, weil er im Fleisch war, weil er in Menschengestalt war, musste ihm gerade der Gethsemane kämpfen und sagen, Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehen. Es ist ein ungeheures Kampfgebiet für die Gläubigen, dass sie im Endeffekt die richtige Sicht Gottes haben. Petrus wollte nicht, dass der Herr Jesus stirbt, in Matthäus 16. Und der Jesus sagt ihm klipp und klar, welche hinter mich, Satan, du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Muss ich vorstellen. Das heißt, wir müssen beginnen, geistlich, gerade in der Endzeit, unsere Vorstellungen von Gott 100% an der Schrift auszurichten. Wir müssen unsere eigenen Vorstellungen völlig aufgeben und nur gucken, was sagt die Schrift. Und das möchten wir heute Abend tun. Bezug. Endzeit, aber auch Bezug. Gericht Gottes und der schlimmste Bezug, Krieg. Und ich sage es immer ganz klar, ohne Endzeit kein Krieg, ohne Krieg keine Endzeit. Und es ist der Wille Gottes und sonst gar nichts. Und ich sage es immer jetzt gleich vorab, alle Menschen sind böse, alle Systeme sind, sagt der Teufel bei der Versuchung Jesu, praktisch von ihm manipuliert, er hat über die alle Macht. Aber Gott benutzt die bösen Systeme, die bösen Menschen, um sein Gericht auszuführen, sie in Nebukadnezar. Ich sage es immer ganz ungeschützt, was ist, wenn Putin wieder Nebukadnezar von Gott als Gericht benutzt wird, um uns gottlose, westliche Welt endlich zu züchtigen. Das muss man mal anders denken. Aber mir geht es jetzt eher um die reinen biblischen Inhalte. Nein, die ganze, die ganze alttestamentliche Profitee und alle diese Bücher geben klare Aussagen. Ich sage, ich lese mal Nahum 1, 1 bis 3 oder 2 und 3. Ein eifersüchtiger und rächender Gott ist der Herr. Ein Rächer ist der Herr voller Zorn. Ein Rächer ist der Herr an seinen Widersachen. Er verharrt im Zorn gegen seine Feinde. Und trotzdem, der Herr ist langsam zum Zorn, aber von großer Kraft, aber er lässt gewiss nicht ungestracht. Entschuldigung, ein Knostiker wird immer sagen, das ist der Gott des Alten Testamentes. Aber der Gott des Neuen Testamentes ist Liebe. Es ist aber der gleiche Gott. Es ist der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und er ist im Neuen Testament der Gott, der eifersüchtig ist und rächend ist. Und er ist weil er eifersüchtig und das sagt die Bibel unzweideutig. Wenn ihr es in Ruhe lest, Neue Testament, er ist eifersüchtig auf alle Dinge, die seinen Zorn betreffen. Wenn einmal eine Menschheit, wie wir es tun im Westen, beginnt, der Herr Jesus und den Namen des Sohnes Gottes so zu lästern, wie wir es tun und das alles in den Dreck zu ziehen, dann können wir nur noch das Kreuz anziehen, was mit dem Zorn Gottes bei uns passieren wird. Und das ist wichtig, dass man das den Leuten sagt. Die Leute sagen immer, oh wie schlimm, wenn du keinen Strom hast, oh wie schlimm, wenn du keinen Benzin mehr hast, oh wie schlimm, wenn du nicht heizen kannst. Das ist alles Kindergarten im Vergleich zu dem, was passiert, wenn Gott mit seinem dreimal heiligen Zorn beginnt, uns zu richten. Das muss uns klar sein. Das ist alles, was hier kommt, das könnt ihr vergessen. Aber wir wollen jetzt biblisch schön langsam angucken. Die Bibel sagt nämlich, das irdische Denken, dass man sich Gott so vorstellt, wie man selber Empfindungen hat, steht in Jakobus 3,15, ist irdisch, seelisch, dämonisch. Also es gibt eine Schiene, irdisch, seelisch, dämonisch, wenn man so denkt, dann passiert etwas. Das irdische Denken bewirkt, dass der Teufel, die Dämonen mich manipulieren können. Die täuschen mich und dann kriege ich falsche Vorstellung. Wisst ihr, was das Ende von dem ist, dass ich mit einer völlig falschen Vorstellung völlig enttäuscht bin, vielleicht sogar Abfall und wirklich ins Elend gehe. Wenn man aber die richtige Sicht Gottes hat, dann überlebt man. Und das ist mir heute Abend wichtig, dass wir die richtige Sicht vom dreimal heiligen Gott haben. Jesaja 55, 8 und 9 sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Die ganze Ratschlüsse, Pläne Gottes sind nicht die unseren, sondern wir müssen einfach etwas sehen. Wir sind nichts und Gott ist alles. Und so wie er denkt, so wie er will, das ist Fakt und der Rest interessiert niemand. Aber lasst uns jetzt einfach die Bibel mal in Ruhe angucken. Krieg ist schrecklich, aber es gab immer Kriege. Wisst ihr, man macht jetzt hier einen großen Zirkus wegen dem Ukraine-Krieg. Entschuldigung, was war im Zweiten Weltkrieg? Man sagt, oh wie schlimm, was hier alles passiert ist. Aber Entschuldigung, war es Hiroshima gewesen? Sind das die Gute gewesen, Atombomben auf die Zivilbevölkerung zu werfen? Warum ist das nie vom internationalen Gerichtshof gekommen? Unter anderem, weil die USA sich vom internationalen Gerichtshof nicht unterwirft. Darum konnte auch Afghanistan geschehen, darum konnte Syrien geschehen, darum konnte Irak geschehen. Ich sage jetzt nicht, das ist schlimmer wie Putin, das ist alles gleich schlimm. Das ist alles eine Schiene, aber man muss das einmal nüchtern sehen. Die ganze Menschheit ist so, alle Nationen sind so und Krieg ist immer etwas Furchtbares. Guckt einmal, natürlich haben die Leute das herausgefordert, Dresden. Sie haben trotz Krieg im Fasching getanzt und da sind schon die Lichtzeichen runtergekommen und dann sind sie im Feuersturm der Alliierten umgekommen. Aber die Alliierten haben die Bomben, die Feuerbomben auf die Zivilbevölkerung geworfen, nicht auf Militär. Das muss man einfach mal alles sich vergegenwärtigen. Ich habe manchmal den Eindruck, die Deutschen haben alle Geschichte vergessen. Vietnam, müssen wir mal beschäftigen, was hier passiert ist. Alle diese Dinge, Völkermorde, ich weiß nicht, das ist die wenigsten bekannt, wir Deutschen haben drei Völkermorde auf dem Gewissen. Das ist kein Mensch, klar. Wir haben noch nicht bezahlt. Ich bin völlig überzeugt. Ich bin überzeugter Deutscher und ich bin überzeugter Schwabe. Aber eins ist klar, wir haben nicht bezahlt. Was niemand weiß, unter den Preußen haben wir einen afrikanischen Volkstamm mit einem Völkermord kaputt gemacht, die Hereros. Und genau die gleiche Technik, die diese preußischen Offiziere, von Trotta war das, angewendet haben, die haben sie den Türken beigebracht. Die Türken sagten, als sie 1,5 oder 1,8 Millionen, da kann man streiten, Armenier, christliche Armenier umgebracht haben, sie haben wörtlich gesagt, wir sind viel zu dumm, so einen Völkermord zu machen. Die Preußen, die Deutschen, haben uns das beigebracht. Und so war es. Und zwar, das war Huhmann, der Mann, der zum Geheimdienst des deutschen Kaiserreichs gehört hat, dem sein Vater hat den Pergamon-Altar gefunden, in Pergamon. Und dieser Altar wurde in der Bibel als der Altar Satans bezeichnet. Der steht heute in Berlin und dort pilgert unsere Politiker hin. Jetzt müssen wir mal wissen, was hier hinter der Kulisse abgeht. Und dann kam natürlich noch der Mord an den Juden. Und ich sage es nochmal vorsichtig, das ist einfach eine Folge des Sündenfalls, begann mit Kain und Abel. Die ersten Nachkommen Adams nach dem Sündenfall geschieht sofort der Mord. Der sagt, Mord, Totschlag, Krieg ist eine Totalfolge des Sündenfalls. Und wenn man Daniel 2 und 7 liest, dann sieht man, dass die gesamte Geschichte über das abläuft. Wir sind Erbe Adams und damit ist der Krieg etwas vollkommen Normales. Wir sind nur verwöhnt, weil wir 70 Jahre keinen hatten. Also mir hat uns jemand gesagt, also seit die USA besteht, gab es 5 Jahre glaube ich keinen Krieg. Das muss man sich immer vorstellen. Das ist etwas völlig Normales. Jetzt kommt halt etwas. Wir haben zur Zeit, mir war das sofort klar, als das Corona kam, wir haben zur Zeit eine Heimsuchung Gottes. Könnt ihr nachlesen. Jeremia in den Evangelien. eine Heimsuchung Gottes ist eine Situation, wo Gott den Menschen etwas Besonderes gibt, mit der Zielsetzung, das ist eine ganz große Gnade der Heimsuchung, dass sie Buße tun können und zu Gott zurückkehren können, aber gleichzeitig ist das so radikal, dass es wirklich an ihre Existenz geht. Das haben wir zur Zeit. Wir haben eine Heimsuchung. Und jetzt muss man einfach gucken, was heißt das jetzt praktisch für uns? Und jetzt müssen wir gucken und sagen, wenn jetzt hier Kriege geschehen, ist Gott tatsächlich der liebe Gott, der keine Kriege will? Oder ist ein Gott der Liebe, der dreimal heilig ist und der Kriege will? Das muss man einfach klären. Das ist ein Thema, wo keiner dran geht, wenn du machst, der keine Freunde. Zweiter Mose 15,3 Der Herr ist ein Kriegsmann. Herr ist sein Name. Was ist Gott? Ein Kriegsmann. Kein Humanist. Zweiter Mose 17,15 Ich gehe jetzt einfach einmal durch. Der Herr ist mein Kriegsbanner. Das Zeichen, das war die Flagge. 16 Weil eine Hand zum Schwur erhoben ist auf dem Thron des Herrn, soll der Krieg des Herrn gegen Amalek queren von Geschlecht zu Geschlecht. Gott gibt also Kriege, weil er sagt, da ist ein Volk, das ihm ins Angesicht gelästert hat, das sein Volk geplagt hat und die werden Krieg haben in jedem Geschlecht, bis sie ausgerottet sind. So ist Gott. Wo ist da der Humanist? Wo ist da der liebe Gott? 5. Mose 2, Vers 9 Übrigens, Humanismus ist eine der teuflischsten Formen, die es gibt. Die französische Revolution, der Höhepunkt des Humanismus hat geendet in einem Blutbad. Da müsst ihr mal Geschichte lesen. Humanismus endet in der Regel im Elend, im Chaos und im Blutbad. 5. Mose 2, 9 Du sollst Moab nicht angreifen und dich mit ihren, nicht in einen Krieg einlassen, denn ich will dir von seinem Land keinen Besitz geben, denn A habe ich den Kindern Lots zur Besitzung gegeben. Gott gebietet nicht nur Kriege, er verbietet sie auch. Steht hier. Wenn Gott keinen Krieg zugelassen hätte oder gewollt hätte, gäbe es keinen Ukraine-Krieg. Also wenn Gott nicht will, dass ein Krieg ist, verbietet er ihn. 5. Mose 2, 24 So macht euch auf, zieht aus, überschreitet den Arm und Fluss. Sieh, ich habe Sion, den König von Hesbon, den Amoriter samt seinem Land in deine Hand gegeben, fange an, es in Besitz zu nehmen und führe Krieg gegen ihn. Aber Gott gebietet auch Krieg. Gott sagt, jetzt muss dieses Volk Krieg haben. Was meint ihr, wenn Gott Sodom und Gomorra wegen ihrer perverse Sexualität und ihrer Abartigkeit mit Feuer und Schwefel im Erdboden gleich gemacht hat, glaubt er, dass er uns dann durchlässt? Wir sind zehnmal schlimmer wie Sodom und Gomorra. Dort waren diese Sünde und ich sage jetzt einfach ein Blick zum Fenster raus, dann wisst ihr, was läuft. Gender, völliger Irrsinn, Homosexualität, alles, alles legitimiert, was Gott verboten hat. Hurerei, Ehebruch, Unzucht, alles legitimiert, alles wunderbar. Der Mensch muss sich ausleben dürfen, wie er will. Das ist alles ein Schlagesgesicht Gottes. Wir haben gesehen, wie viele Kinder abgetrieben wurden, wie viele Millionen mehr als im Zweiten Weltkrieg Tote gab, sind abgetriebene Kinder. Jedes tote Kind, dessen Blut schreit zu Gott um Rache. Was meint ihr, wie lange Gott dem noch zuhört? Ich habe schon oft gesagt, mich wundert es schon lange, dass Gott nicht schon lange zugeschlagen hat. Es ist nur eine Frage der Zeit, dann schlägt Gott zu. Wenn Gott einmal anfängt zuzuschlagen, das ist alles, was die Menschen machen, völlig harmlos. 5. Mose 21, 10 Wenn du gegen deine Feinde in den Krieg ziehst und der Heilige Gott sie in deine Hand gibt, so sollst du von ihnen Gefangene heimführen. Das heißt, Gott ordnet den Krieg an, Gott sagt, ob es Tote gibt, Gott entscheidet, ob es Gefangene gibt. Das ist uns gar nicht klar, wie man hat uns Gott, so ein Gott, der hier bedauernd zusieht, dass die Menschen sich bekriegen, ohne zu erkennen, dass Gott in Wirklichkeit sagt, er ordnet den Krieg an, er verhindert den Krieg, er sagt ganz klar, was geschehen soll. Richter 3, 1 Richter ist ein ganz wichtiges Buch für alle diese Thematiken, das ist schon dramatisch. Das sind aber die Völker, die der Herr übrig bleiben ließ, um durch sie alle diejenigen Israeliten zu prüfen, welche alle die Kämpfe um Kana nicht erlebt hatten, nur um den Geschlechtern der Söhne Israels davon Kenntnis zu geben und sie die Kriegsführung zu lehren. Gott lehrt sogar Völker, wie sie Krieg führen sollen. Hier sein Volk. Psalm 144, 1 Gelobt sei der Herr, mein Fels, der meine Hände geschickt macht zum Kampf, meine Finger zum Krieg. Überleg dir mal, was das heißt. Gott bringt den Menschen selber bei, wie sie Krieg führen sollen. Ist noch jemand in unserer Mitte, der an den lieben Gott glaubt? Mit Gott der Liebe glaube ich, aber nicht an den lieben Gott. Ich glaube ein dreimal heiliger Gott, der an Gott der Liebe ist, aber nie im Leben an diesen harmlosen Gott, der alle Fünfe gerade sein lässt, der die Menschen jede Sauerei und jede Frechheit und jede Lästerung und jede Bösartigkeit tun lässt und dann zuguckt. Den Gott gibt es gar nicht. Das ist ein Märchen. Das ist ein ganz eiskalter Gott der Gnosis. 1. Könige 5, 17 Du weißt, dass mein Vater David den Namen des Herrn seines Gottes kein Haus bauen konnte wegen der Kriege, in die seine Feinde ihn verwickelten. Es gibt auch Kriege, wo Menschen auslösen, wo man verwickelt wird, aber letztendlich ist Gott der, der das kontrolliert. 2. Chronika 32, Vers 8 Also ich nehme jetzt die Stelle einfach mal durch, dass das Bild geschieht. Man muss die Stelle alle mal miteinander lesen. Wenn du jetzt Bibel liest, kommst du ja nicht auf die Stelle alle, weil das geht ja lang, bis du die Bibel durchgelesen hast. 2. Chronika 32, 8 Mit ihm ist ein fleischlicher Arm, mit uns aber der Herr, unser Gott, um uns zu helfen und für uns Krieg zu führen. Er führt Krieg für sein Volk. Er kämpft für seine Leute notfalls mit Krieg. Psalm 46, Vers 9 bis 11 Das sind diese Dinge, wo der Humanist verneint. Kommt her, schaut die Werke des Herrn, der Verwüstungen anrichtet auf Erden, der den Kriegen ein Ende macht bis ans Ende der Erde. Also er richtet Verwüstungen an, aber er sagt auch, wann der Krieg zu Ende hat. Das ist auch der Grund, warum Hitler nicht umbringen konnte. Ist euch das klar? Ich weiß nicht, ich weiß nicht mehr genau, wie viele Attentate, also ich glaube über 20 Attentate, ist nicht gelungen. Wisst ihr, das ist einfach so. Gott sagt, wann Schluss ist, nicht wir. Friedrich 3, 8 Diese ganze Thematik geht wie ein roter Vater durch die gesamte Bibel durch. Lieben hat seine Zeit, Hassen hat seine Zeit, Krieg hat seine Zeit. Wenn ihr in Jesaja 2, zum Beispiel Vers 4 anguckt, dann seht ihr, es gibt kein Krieg mehr im tausendjährigen Reich. Bedingt. Am Schluss von tausendjährigen Reich bricht wieder ein Krieg aus. Endgültig frei vom Krieg sind wir erst, Offenbarung 21, 22, wenn ein neuer Himmel, neue Erde ist und das neue Jerusalem. Jeremia, eines der wichtigsten Bücher für Heimsuchungen. Jeremia 6, 4-6 Heiligt einen Krieg gegen sie. Auf, lasst uns am Mittag hinaufzuhnen. Wehe uns, der Tag neigt sich und die Abendschatten Entschuldigung, jetzt bin ich verwutscht. Und die Abendschatten werden länger. Und lasst uns bei Nacht hinaufziehen und ihre Paläste zerstören. Denn so hat der Herr der Herrscher dann befohlen. Fällt Bäume, schüttet einen Wall auf gegen Jerusalem. Also er bietet den Feinden Israels, gebietet er, was sie tun sollen. Das ist die Stadt, die heimgesucht werden soll, denn lauter Gewalttat ist in ihrer Mitte. Es kann passieren, wenn ein Volk Gottes angesichts lästert, dann befiehlt Gott einem anderen Volk, greife es an. Um der Sünde will. Jeremia 28, 8. Die Propheten, die vor mir und vor dir von jeher gewesen sind, die haben über viele Länder und große Königreiche von Krieg, Unheil und Pest geweiss sagt, Matthäus 24, 8. Die Wehen. Da stecken wir mittendrin. Wir sind in den Wehen. Da gehört Krieg dazu, da gehört Pest dazu, Seuche. Und da gehört Erdbeben dazu, da gehört das alles dazu. Im Ende natürlich leider auch Verfolgung. Jeremia 49, 14. Hier haben wir dann etwas. Versammelt euch und zieht gegen sie und steht auf zum Krieg. Joel 4. Das ist jetzt vielleicht eine ganz, ganz schlüssige Bibelstelle, dass man versteht, was es hier auf sich hat. Man müsste lesen von Vers 1 bis 9. Ich lese nur den 9. Vers. Ruft die aus unter den Heidenvölkern, rüstet euch zum heiligen Krieg. Weckt die Helden auf, alle Krieger sollen einrücken und hinaufziehen. Schmiedet eure Pflugscharen zu Schwertern und eure Rebmesser zu spießen. Heiliger Krieg? Gibt es einen heiligen Krieg? Ja. Heilig heißt immer in der Bibel nur Gott gehörend. Wenn Gott etwas für sich in Besitz genommen hat, hat er es mit Blut besprengen lassen und dann mit Öl letztendlich auch besprengen lassen und dann war es geheiligt. Und Gott hat Kriege für sich geheiligt. Obatia 1.1 Das ist die Offenbarung an Obatia. So spricht Gott der Herr über Jedung. Wir haben eine Botschaft gehört vom Herrn und ein Bote wurden damit an die Völker entsandt. Auf, lasst uns aufbrechen zum Krieg gegen sie. Gott selber schickt die Botschaft, greift sie an. Wisst ihr, es ist einfach so, ich ziehe mal eine Stelle vor, dass es noch dramatischer wird. Die wäre erst später gekommen, aber ich ziehe sie einfach einmal vor. 1. Chronika 5,22 Dass endlich dieser humanistische Unsinn in unseren Köpfen der Gläubigen rauskommt. Da steht nämlich 1. Chronika 5,22 Und zwar Denn es fielen viele Erschlagene, also viele Tote, denn der Kampf war von Gott. Wisst ihr, was das heißt? Wenn der Krieg von Gott ist, gibt es viele Tote. Wisst ihr, und wir unterstellen immer Gott, oh, der ist so traurig, dass es Krieg gibt und der will nur, dass alles lieb ist. Das ist reine Gnosis. Das ist die Verleugnung des Gottes des Alten Testamentes. Ananias und Zaphira, die haben gelogen. Sie fallen tot um, als Strafe. Hat mein Bruder gepredigt, wenn Gott es heute noch bei uns machen würde in der Versammlung, jeder der lügt, würde tot umfallen, hätten wir nicht mehr viele Besucher in der Versammlung. Versteht ihr? Aber im Neuen Testament ist Gott der dreimal heilige Gott. Er lässt einen König, der sich als Stelle Gottes gesetzt hat, lebendig von Würmern zerfressen. So ist der dreimal heilige Gott. Der letzte Krieg, Sacharia 14, ich lese uns das, wird einer der schrecklichsten sein. Das ist der Krieg, kurz vor der Wiederkunft Jesu. Da wird es dann auf dieser Erde zugehen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich lese Sacharia 14, ab 12. Das aber wird die Plage sein, mit welcher der Herr alle Völker schlagen wird, die gegen Jerusalem Krieg geführt haben. Ihr Fleisch wird verfaulend, während sie noch auf ihren Füßen stehen. Ihre Augen werden verfaulen in ihren Höhren und ihre Zunge wird verfaulen in ihrem Mund. Chemie, Atomwaffe, auch das setzt Gott ein, gegen die Feinde Israels. Man kann sich das nicht vorstellen, gell? Und es ist natürlich so, das hat immer einen Hintergrund. Gott tut das ja nicht willkürlich. 5. Mose 2, 24. Das sagt die Schrift, so macht euch nun auf, zieht aus, überschreitet den Arm und Fluss. Sie, ich habe sie und den König von Hesbun und der Mutter sam seinem Land in deine Hand gegeben, fange an, es in Besitz zu nehmen und führe Krieg gegen ihn. Vom heutigen Tag an will ich beginnen, Furcht und Schrecken vor dir auf das Angesicht der Volker unter dem ganzen Himmel zu legen, sodass sie vor dir beben und zittern sollen. Das hat, wenn man jetzt die Hintergründe sieht, ist oft so, die Stelle habe ich ja vorher im ersten Teil schon mal gelesen, da geht es einfach darum, dass wenn ein Volk bestimmte Sünde begeht, dann löst Gott diese Kriege aus. Das ist oft mit Okkultismus verbunden, oft mit Götzedinsch, mit furchtbaren Dingen, da gibt es eine Linie, die überschritten wird, wir werden es nachher sehen. Es gibt wirkliche Linie bei Gott, the point of no return, wenn der überschritten ist, gibt es kein normales dann ist es. 4.Mose 31,1 Nimm für die Kinder Israels Rache an den Midianitern, danach sollst du zu deinem Volk versammelt werden. Gott ist ein Gott der Rache. Wisst ihr, ich weiß ja nicht, ich packe mich an der eigenen Nase, manchmal liest du die Bibel bürgerlich, humanistisch, naiv. Ich lese uns jetzt einfach auszugsweise Römer 1, 18-32 Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtheit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Die Bibel sagt dann, man hätte alles erkennen können. 21, Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt, ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständliches Herz wurde verfinstert. Dass sie sich für Weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Da geht er da weiter und sagt 24, darum hat Gott sie dahin gegeben, also einfach laufen lassen, in die Begierden ihres Herzens zur Unreinigkeit, sodass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer der gelobtischen Ewigkeit, Amen. Darum hat sie Gott dahin gegeben, in entehrende Leidenschaften. Die Frauen haben den natürlichen Verkehr mit dem Niedernatürlichen vertauscht, gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sie gegeneinander in Brand in ihrer Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienter Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfangen. Und gleich wie Gott sie nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott auch sie dahin gegeben, in unwürdige Gesinnung. Und jetzt zählt er auf. Voll. Ungerechtigkeit, Unzucht, da steht Pornografie, Pornoria, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, Neid, Mord, Streit, Betrug, Tücke, Gerüchte verbreitend, Verleumder, Gottesfrechter, Freche, Übermütige, Prahler, Erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unverständlich, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig. Jetzt kommt das, auf was ich raus will. Wir lesen da drüber, ohne uns bewusst zu sein, was das heißt. Obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass die des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, tun sie dieses nicht nur selbst, sondern haben auch gefallen an denen, die es verüben. Entschuldigung. Diese Sünde sind von Gott her mit dem Tod belegt. Wie kann es sein, dass Sünde, die früher, letztendlich, auch auf dem sexuellen Gebiet, die früher in allen kultivierten Völkern verboten waren, plötzlich auf dem ganzen Erdball mit einem Schlag legitimiert werden. Das ist der antichristliche Geist. Und sobald die ganze Erde von dem heimgesucht wird, beginnt Gott diese Sünde mit der Strafe des Todes, und da benutzt er den Krieg dazu, aber auch andere Dinge. Benutzt er diese Dinge, um diese Völker zu richten und sie, die Einzelnen, zu töten. Das muss uns klar sein. Wenn der erste Mose 4,10 zählt, Abel, Kein und Abel, er sagt klipp und klar, das Blut schreit zum Himmel. Jedes abgetriebene Kind schreit zum Himmel. Was denkt er, was da für ein Geschrei ist in der Transzendenz? Und wenn tatsächlich alle diese Sünde der Tod nach sich ziehen, dann sind wir alle Todeskandidaten. Es sei denn, wir sind wieder geboren und gewaschen durch Jesu Blut. Dann sind wir natürlich keine Todeskandidaten, weil er ist die Sünde ausgelöst. Aber jeder, der das nicht hat, ist ein Todeskandidat. Wisst ihr, wir müssen den Leuten in der Endzeit sagen, ihr seid alle Kandidaten des Todes. Matthäus 24,6 Endzeit, Hauptpunkt Kriege. Soll ich ja alles. Aber Kriege ist ein Hauptpunkt der Endzeit. Wo ist jetzt der Gott der Liebe? Das ist ganz einfach. Wenn ein Gott so heilig ist, dass er Sünde nicht dulden kann, sie nicht einmal ansehen kann, dass er die Menschen töten muss, er muss sie töten um seiner Heiligkeit willen. Absolut. Wenn Gott so heilig ist, aber gleichzeitig die Menschen liebt und sie nicht töten will und sie nicht in die Hölle werfen will und sie nicht verdammen will, dann muss er einen Weg suchen, einen Ausweg, der göttlich perfekt ist. Und den hat er getan. Es gab nur eine Möglichkeit. Er musste seinen eingeborenen Sohn und eingeboren ist ein altdeutsches Wort, das heißt ganz einfach den einzigen gezeugten Sohn. Der einzige, der aus dem Vater heraus geboren ist und darum der einzige, der wie der Vater Gottheit hat, ist der Herr Jesus. Er hat den Sohn, der vor den Ewigkeiten, also bevor sie überhaupt Zeit gab, beim Vater im Himmel, dem unzugänglichen Licht gewohnt hat, hat er genommen und ließ ihn Mensch werden durch Jungfrauengeburt, durch eine übernatürliche Zeugung durch den Heiligen Geist, damit hat er auch keine Erbsünde. Also er hat jetzt einen Mensch, der keine Erbsünde hatte und der Jesus war der einzige Mensch, der über den Erdboot gegangen ist, der hat keine Sünde und dann ist was passiert, furchtbar. Wisst ihr, ich kann mir nicht vorstellen, was der Jesus, der beim Vater, der so dreimal heilig ist und der Jesus war genauso heilig in der Lichtswelt, dass der im, in der körperlichen Gestalt, was der erlitten hat, als er den Dreck der Sünde und das war im römischen Reich keine Kleinigkeit gesehen hat. Und dann muss er und das ist die Liebe Gottes, dann weiß Gott, er kann diese Menschheit nur erlösen, er kann seine Liebe nur zum Ausdruck bringen, wenn er das Höchste tut, was Liebe tun kann. Wenn er sein geliebter Sohn ans Kreuz von Golgatha schlagen lässt, warum Kreuz? Dritter Mose, Entschuldigung, Galater 3, das Kreuz ist ein Zeichen des Fluches und der Verfluchte muss das Kreuz. Wenn Gott der Fluch der Sünde den Fluch auslösen wollte und ein Zeichen des Fluches der Sünde sind die Donner, darum hat er Donnerkrone und wenn Gott ihn richten wollte, dann musste er gekreuzigt werden, er durfte nicht gehängt werden, er durfte nicht geköpft werden, er musste am Kreuz der Fluch tragen und dann passiert etwas Ungeheures. Ich habe mir das in den letzten Jahren immer mehr vergegenwärtigt und ich bin entsetzt, was hier passiert ist. Die Bibel sagt in Offenbarung 13,8, dass der Herr Jesus alle Sünden von Adam bis zum letzten Mensch, der jemals gelebt hat, getragen hat. Wisst ihr, was es bedeutet? Ganz einfach. Dass der Herr Jesus in diesen paar Stunden am Kreuz außerhalb von Zeit und Raum gewesen sein muss. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, jetzt hängt da ein Mensch, der zwar vom Geist her Gott war, wie der Vater, aber vom Körper und von der Seele her ein Mensch wie wir, hängt am Kreuz und muss vom Vater her, das ist ja das Brutale, darum schreibt er, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Nicht der Teufel hat ihn gequält, sondern Gott hat ihn gestraft, sein eigener Sohn und hat alle Flüche, alle Strafe, auch alle Hölle Strafe, alles was man sich vorstellen kann, hat er auf seinem Sohn in den paar Stunden entladen. Ich denke nur in der Ewigkeit werden wir überhaupt begreifen können, was beim Herr Jesus hier passiert ist, das können wir uns nicht vorstellen. Und dann geschieht das Totale und das war vielleicht das Schlimmste, er stirbt, weil der Lohn oder der Sold der Sünde ist der Tod. Er stirbt. Er war der Fürst des Lebens. Die Bibel sagte, er kannte den Tod nicht. Das war wohl von Herrn Jesus das Schlimmste. Er erledigt den Tod, fährt ins Tod der Reich und dann kommt sofort der Teufel, will ihn packen, weil der Teufel ist laut Hebräer 2, der die Macht über den Tod hat, die Kontrolle, da steht Grattox, Kontrolle. In dem Moment ist klar, der Teufel konnte der Herr Jesus nicht halten, weil er selber keine Sünde hatte. Er konnte ihn nicht halten, weil alle Sünde, die auf ihm waren, alle bezahlt waren. Nesd. Jesaja 3,50. In dem Moment war er der Einzige, der echt Auferstehen konnte, körperlich. Darum ist er auch verstanden. Das ist der Beweis, dass er keine Sünde hatte. Das ist der Beweis, dass er alle Sünde bezahlt hat. Das war der Triumph. Dann ist er durch den Himmel gegangen, hat sein Blut auf den Sühnendeckel, der Stift zu dem Himmel gesprengt und dann war die Erlösung fertig. Und durch der Heilige Geist ist jetzt der Heilige Geist nicht mehr der Heilige Geist, sondern der Geist der Sohnschaft gießt er ihn auf jeden aus, der Buße tut und diese Erlösung annimmt. Das ist gigantisch, das ist gewaltig. Und wenn du wissen willst, was Liebe Gottes ist, dann musst du den Menschen erklären, dieser dreimal Heilige Gott konnte nicht seine, ich sag's einmal so, seinen Zorn, seine Heiligkeit, die Pflicht zu strafen, konnte er nicht hinwegtun. Das geht gar nicht um seine Heiligkeit. Also musste er in seiner großen Liebe etwas tun, was seine Heiligkeit, seine Liebe und auch sein Zorn und alles vollkommen vereinigt. Das geschah am Kreuz von Golgatha. Was für eine Lästerung, wenn die Katholiker dann Kruzifixe aufhängen, wo er immer noch am Kreuz hängt. Versteht ihr das? Die Leute haben keine Ahnung, was das heißt. Das Kreuz muss leer sein. Er muss im Totenreich gewesen sein. Er muss auferstanden sein. Aber am Kreuz ist der Fluch ausgelöscht. Wir sind frei. Das ist gigantisch. Wenn ein Gläubiger mal das begreift, das ist unfassbar. Aber Johannes 3,16 Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott bindet es, dass jemand, der Jesus im Glaube annimmt, der sich bekehrt. 3,36 Wenn er es nicht tut, bleibt der Zorn auf ihm. Das ist einfach Fakt. Und dass der körperliche Tod eine wirkliche Strafe ist, das ist auch wichtig. Und ich denke, ihr wisst, dass das Recht Gottes fünf Erscheinungsformen hat. Die erste Erscheinungsform des Recht Gottes ist im Alten Testament und zwar das Recht Gottes ist immer dort, wo der König ist. Im Alten Testament war der König noch nicht körperlich gegenwärtig, sondern er war noch praktisch Christophanie, nennt man das. Der Herr Jesus hat den Himmel verlassen und ist in der Gestalt des Engels des Herrn erschienen. Also das ist Christophanie auch dort erschienen. Also da ist noch Vorläuferstadium des Reich Gottes. Die zweite Erscheinungsform des Reiches Gottes ist, wenn der Herr Jesus im Fleisch geboren wird von einer Jungfrau. Ohne Sünde, er hat keine Absünde, weil er nicht vom Mann gezeugt wurde. Und in dem Moment hattest du das Recht Gottes auf Erden, das ist die zweite Erscheinungsform. Aber was gefehlt hat, er hat sein Recht noch nicht aufgerichtet. Das hat er erst gemacht, nachdem er letztendlich die Sünde bezahlt hat. Und die dritte Erscheinungsform, in der sind wir. Das ist die Zeit der Gemeinde. Und wo ist das Reich Gottes heute? Das ist ja die Naggerheit mancher kalvinistischer Kreise, die sagen, jetzt schon ist es tausende Jahre gereicht worden. Hier ist Calvin wollte das ja auch das Reich Gottes in Genf aufrichten. Die Bibel sagt klipp und klar, das Reich Gottes ist mitten unter euch, kann man auch übersetzen, inwendig in euch. Jetzt ist das Reich Gottes durch den Heiligen Geist in mir. Dritte Erscheinungsform. Die vierte ist dann das tausende Jahre gereicht, dann ist er wieder da und dann richtet er das tausende Jahre gereicht auf, dann ist auch das Reich sichtbar. Die fünfte Erscheinungsform ist im Himmel, wenn wir alle Zeit das Angesicht Jesu sehen werden. Aber in der dritten Erscheinungsform ist eine Besonderheit. Und zwar, wir sind jetzt, 1. Petrus 2,11 Frömmlinge auf Erden. Was heißt? Die Bibel hat ein Wort dafür, ein Griechisches, das sagt, ohne Bürgerrecht. Das heißt, wir sind hier Gastarbeiter. Wir sind Ausländer. Der große Präsident dieser Welt ist der Teufel. Und wir gehören da nicht dazu. Wir sind Fremde. Und Philipper 3,20 sagt, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförbig wird seinem Leib der Herrlichkeit, Vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Mein Bürgerrecht ist im Himmel. Versteht ihr jetzt auch, was das für uns heißt? Bezüglich Krieg. Das muss man ja einfach sich vergegenwärtigen. Das heißt, bezüglich Krieg, wenn Gott jetzt zum Beispiel Deutschland richtet, durch einen Krieg, weil wir drei Völkermorde auf dem Gewissen haben, weil wir jede perverse Sünde tolerieren, weil wir letztendlich alles, was Gott verboten hat, zulassen. Wenn Gott uns richtet, gemäß Römer 1, 18 bis 32, wenn er uns den Tod schickt, den Krieg, um uns tatsächlich zu richten, dann letztendlich bedeutet es, dass es uns auch trifft. Versteht ihr? Wenn Gott eine Atombombe auf Albstand werfen lässt, dann bin ich auch tot. Wenn die Atombombe auf die Partei nachfällt, ist der Reinhold tot. Versteht ihr? Wenn sie auf Leonberg fällt, ist der Lothar tot. Versteht ihr? Wenn sie auf Karlsruhe fällt, ist der Uwe tot. Ihr könnt euren Namen einsetzen. Egal, wo Gott richtet, sterben wir mit. Aber wir sind ja nur Fremdlinge. Das heißt, wir haben keine Verheißung von Gott, dass in diesem irdischen Geschehen, darum werden wir auch noch krank. Es ist ja nur der Geist erlöst, die Seele ist der Kampfplatz und der Körper ist bis zur Auferstehung einfach auf dieser Erde. Das heißt zu Deutsch, der Unterschied, ich habe es ja gezeigt am Donnerstag, der Unterschied zwischen uns und der Welt ist ganz einfach. Gott macht einen Unterschied. Wir sind im Buch des Lebens eingeschrieben, wir sind im Buch eingeschrieben, wo die Gottesfürchtigen sind und unsere Werke sind auch eingeschrieben. Das heißt, er macht einen Unterschied, wenn die Bombe fällt und ich starbe, dann war ich auf im Paradies, das steht in Offenbarung 7, 14, könnt ihr nachlesen, dann bin ich im Angesicht Jesu, dann wird Gott meine Tränen abwischen, es wird herrlich sein, aber ich habe noch kein Auferstehungsleben, aber noch nicht. Wenn ein Gottloser stirbt, dann passiert es gleiche wie Lukas 16, er fährt in die Vorhölle und wird gequält werden, bereits dort. Das ist der große Unterschied. Ich muss den Leuten sagen, wisst ihr, wenn die Bombe fällt, bin ich auch tot. Aber es gibt einen Unterschied zwischen mir und dir, muss ich einem Gottlosen sagen. Ich wache in der Gegenwart Jesu auf in der Herrlichkeit, wunderbar, und du wachst in der Hölle auf und zwar in der Vorhölle, wirst gequält werden, dann wirst du auferstehen, ich werde auferstehen und dann das Auferstehungsleid bekommen, wenn Herr Jesus alle Zeit sei in einer wunderbaren Herrlichkeit, du wirst auferstehen zum großen weißen Thron auf der Bahn 20 und wirst in die Hölle fahren in der Feuersee. Wisst ihr? Und das ist Fakt und das können wir doch nicht so tun, dass wir sagen, oh, wie kann Gott so schlimm sein, Krieg zu geben. Er muss Krieg geben um seiner Heiligkeit Wille. Drum hat es auch die Zirnschale gerichtet. Das ist übrigens im Manuskripte Tippfehler, das heißt nicht 17, 11, 17, sondern 16, 1. Und jetzt geht die Bibel hin in Offenbarung 6, 8 und Offenbarung 9, 18 und sagt etwas Furchbares. Das müssen wir uns einfach vergegenwärtigen. Wisst ihr, wir sagen alle, wir glauben an die Bibel, aber wir glauben von der Bibel immer nur, was uns gefällt. In der Bibel steht klipp und klar, es wird einmal ein Viertel der Menschen starben und dann ein Drittel. Ich sage es mal ganz ehrlich, in der Schule hatte ich drei Lieblingsfächer, Sport, Geschichte und Religion. Da habe ich meine Einser gehabt, wo ich nicht so gut war, war Mathe, das hat mir nicht gefallen. Aber ich habe dann doch rausgekriegt, ein Drittel und dann vom Rest nochmal ein Viertel, das ist genau 50%. Es wird genau die Hälfte der Menschheit sterben. Auf den Guide Stones steht drauf, haben die Freimorger geschrieben, wir wollen die Hälfte der Menschheit auslöschen. Kissenschlag gesagt, die Hälfte der Menschheit muss weg. Harari, der große antichristliche Jude, sagt klipp und klar, ist ja der Berater von Schwab, vom WEF, er sagt klipp und klar, ein Teil von der Menschen muss weg und wir werden sie programmieren und ähnliches. Das heißt, Gott lässt es den antichristlichen Kräften zu und gibt auch Kriege dazu und ich denke, da gehört das Impfer auch dazu, weil das ist ja interessant. Die Bibel sagt, es werden, also nicht nur Impfer, sondern Seucher, alles was da dazugehört, Kriege, alles Hungersnöte und wir haben ja gar nicht vergegewertigt, dass wir eventuell Hungersnöte kriegen, da werden die Leute genauso sterben. Wir erleben immer noch in ihrer Wohlstandsgesellschaft, wir haben überhaupt noch nicht bemerkt, was passiert. Und dann sagt die Bibel von der Welt 50% aber von Israel zwei Drittel. Israel wird zwei Drittel sterben. Israel ist das auserwählte Volk, aber ein Teil davor, diese zwei Drittel sind antichristlich, das ist einfach Fakt. Ich liebe Israel als auserwähltes Volk, aber ich weiß ganz genau, die zwei Drittel, da kommt ein Rothschild her, da kommt ein Harari her, da kommen die ganzen antichristlichen Kräfte her, weiß ich auch. Und Gott wird hier richten, er wird wirklich die Leute sterben lassen. Und wenn ich von der Endzeit rede, ich habe kaum mal jemanden Prediger gehört, der sagt, Endzeit heißt, 50% der Menschheit stirbt, zwei Drittel Frösseid stirbt, Kriege, Seuche, Hunger, Not, und die Leute sind ja so, da ist jemand hingegangen und hat eine Analyse gemacht von Filmen, die die Welt publiziert hat, von 1940 bis heute. Und in den Filmen sagen die ganz offen, wir werden Pandemie bringen, die keine ist, wir werden teilweise die Viren über Flugzeuge über euch runterlassen, wir werden eine Impfung bringen, in der Impfung werdet ihr sterben, wir werden euch mit Chips praktisch programmieren und wir werden euch vollständig so in den Griff kriegen, dass wir die auslöschen können, die wir nicht wollen und dann wird nur noch die Elite übrig bleiben. Das sind glaube ich, was weiß ich, sind 20 Filme, das ist ein Schock, wo ich das gesehen habe, ich habe gesagt, das gibt es nicht. Die haben das selbst entzeichnet, Trickfilmen, haben die das offen alle gesagt. Die zeigen das in einer Frechheit ohne Ende, aber es kommt das Entscheidende, Gott lässt es ihnen zu. Er benutzt, wie Nebukadnezar, die Herren dieser Welt, ob das die Amerikaner, die Russen oder die Chineser sind, spielt überhaupt keine Rolle, er benutzt die alle und die Chineser rüstet auf. Ich weiß nicht, ob euch das klar ist, Putin sagt, lipp und klar und Medejev auch, wir sind mit Deutschland im Kriegszustand. Das ist nicht so mit der Zeitung, was in Deutschland im Kriegszustand ist. Ist euch klar, was es heißt? Wir sind so naiv, wir sind so verbürgerlich, wir sind so humanistisch, wir sind so narkotisiert von den Medien, das ist eine Katastrophe. Die Leute haben noch nicht begriffen, der Teufel ist der Herr der Lüge und wenn er der Herr dieser Welt ist, die ganzen Menschen, die Medien lügen und sagen, dass sich die Balken biegen. Das Grundproblem ist ganz einfach, wir müssen sagen, was sagt die Bibel? Wenn die Bibel mir sagt, so, du musst sterben wegen diesen Sünden und ich sehe, dass auf dieser ganzen Welt die Sünde zum Normalzustand werden, dann ist mir klar, dann kommt der Krieg, dann kommt die Seuche, dann kommt die Hungersnot, dann kommt das Elend, dann richtet uns Gott und gibt uns diesen antichristlichen Leuten preis, dass sie das tun können. Ich habe es euch schon tausendmal erzählt, ich sage es nochmal. Anwin, ein englischer Wissenschaftler, hat eine Studie gemacht über alle Kulturkreise, die ihm zugänglich waren, das war die 80 und wollte wissen, warum geht zum Beispiel ein römisches Reich unter, warum gehen die Inkas unter, warum gehen die, das spanische große Reich und das katholische, warum gehen die unter und dann hat er festgestellt, alle diese Sünden, wo die Bibel dir sagt, dass der Tod drauf sei, aber die ganzen Perverzitäten, sagt er, die gab es immer. Er sagt, wenn die verdeckt da sind, passiert noch nichts. Er sagt immer, wenn das in einer Kultur oder Generation zum Normalzustand erhoben wurde, das ist genau heute der Fall, dann sagt er, war es in der Regel die letzte Generation, die dann unterging, durch den Krieg, durch die Hungersnot, durch irgendetwas. Er sagt, in ganz seltenen Fällen war es einmal nur die zweite oder die dritte, aber in der Regel geht die Generation unter. Von daher kann ich mit einer Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit empirisch-wissenschaftlich bewiesen sagen, dass diese Generation mit einer Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die letzte ist und dass die untergehe wird. Und die wird untergehen, weil Gott ein Kriegsmann ist und die wird untergehen, weil Gott diesen Kräften das zulässt und die wird untergehen, weil Gott Kriege gibt und wenn er Kriege gibt, werden ganz viele sterben, nämlich 50%. Das ist natürlich etwas, wo niemand hören will. Du musst uns doch trösten. Ja, was gibt es für einen größeren Trost, wenn du weißt, dass alle sterben müssen, alle in die Hölle fahren und du weißt, dass du nicht in die Hölle fährst. Ja, was gibt es für einen größeren Trost? Zu wissen, ich bin ein Gotteskind. Das ist ein Unterschied zwischen mir und jedem Unbekehrten. Wisst ihr, meine Kollege hat schon spät gesagt, bist du besser, wie wir? Ich habe gesagt, nein, aber es ist ein Unterschied. Wenn ich sterbe, weiß ich, wo ich bin. Ich weiß, wo ihr seid, aber ihr wisst es nicht. Ihr geht nämlich in die Hölle. Ich habe ihnen auch gesagt, die Bomben werden fallen wegen eurer Sünde, was ihr für... Und da waren die Sünde, wo ich das zu denen gesagt habe, vor 40 Jahren, also alles harmlos. Da war das noch ein Kindergarten im Vergleich zu dem, was jetzt an Dreck und Sauerei über diese Welt geht. Und ich sage es ganz ehrlich, ich wundere mich, dass Gott noch zuwartet. Also ich habe schon vorher gerechnet, dass er zuschlägt. Und dass er wirklich als Gott des Krieges hier... Und wenn der Krieg kommt, dann kommen da auch die Humusnöte. Aber die kommen vielleicht sogar durch diesen Blackout. Wisst ihr, müsst ihr euch mal vorstellen, ich habe ein Buch gelesen, das hat mir mein Zahnarzt empfohlen, das heißt Blackout. Und mein Zahnarzt ist nicht gläubig, aber er liest meine ganzen Schriften. Er hat schon zu mir gesagt, naja, sie kriegen auch Ärger, wenn ich ihm das gegeben habe von der Armenier und so, auch die frommen Schriften. Er liest alles und dann sagt, jetzt müsste ich von mir ein Buch lesen. Aber er war so gritzig, dass er es mich jetzt selber kaufen lassen, muss ich ehrlich sagen. Und dann habe ich das Buch gelesen. Das ist eines der wenigen Bücher, die ich zweimal gelesen habe. In dem Buch wird ganz genau beschrieben, was passiert, wenn ein Blackout kommt. Blackout heißt einfach, kein Strom mehr. Und die haben erklärt, dass zum Beispiel die Stromzähler digitalisiert sind. Digitalisierung ist offenbar um 13. Das ist die totale Falle, um uns alle mit, ich sage es mal so, mit völliger Kontrolle unter die Fuchel zu bringen. Die haben erklärt, die digitale Stromzähler, da musst du nur ein Virus reinspielen, dann ist in ganz Europa der Strom weg. Ich habe immer geglaubt, Deutschland hat Strom für sich. Überhaupt nicht. Alle europäischen Länder, das ist ein großer Pool, tauschen die Strommasse gegenseitig aus. Und die beschreiben dann in dem Buch ganz genau, was passiert, wenn das geschieht. Und dann werden Familie beschrieben, Polizei, Staatsämter, Kraftwerke, das wird alles genau beschrieben. Ich sage es jetzt mal ungeschützt, das sagen auch die Spezialisten, nach sieben bis zehn Tagen hast du hier Bürgerkrieg. Die Leute haben kein Wasser mehr, sie haben keine Toilette, die funktioniert, sie haben kein Geldautomat mehr, da kommt kein Geld mehr raus. Im Supermarkt geht die Türe nicht mehr rauf. Der Supermarkt wird nicht beliefert, und ich war so dumm, ich habe geglaubt, der Supermarkt hat ganz große Lager, jetzt habe ich mich kundig gemacht, der hat genau für 1,5 Tage Vorräte. Das ist ein Hammer. Dann werden die Leute hungern, die sind nicht vorbereitet. Und dann werden sie übereinander herfallen, das wird im Buch schön beschrieben. Wisst ihr, und dann siehst du mal, was hier ist, und wenn dann das alles auf dem Höhepunkt ist, Bürgerkrieg, Mord und Totschlag, von Russland bis Amerika, überall auf der ganzen Welt, ist alles verrückt, dann wird ein Mann auftreten, wird sagen, ihr müsst nur mich wählen, ich werde euch in zwei Tagen alle diese Probleme lösen, das ist der Antichrist. Ich denke, dass es alles auf das raussteuert, aber ich kann nur denen helfen, die digitalisiert sind. Das ist der Grund, warum ich mich nie digitalisieren lasse. Wisst ihr, und die Teufelei, die ist ungeheuer, das kann man die Worte nicht fassen, aber, jetzt ist halt die Frage, jetzt kommen wir wieder zur Praxis, was mache ich jetzt? Gehe ich jetzt heim, und nage an den Fingernägel und überlege, wie schlimm das ist schon mit meinen Kindern. Wisst ihr, das ist ganz einfach. Ich habe sieben Enkel, zwei Erwachsene und fünf Kleine. Die zwei Erwachsene, die müsste ich selber bekehren, die wissen das auch. Die fünf Kleinen, die können sich noch nicht bekehren, sie sind zu klein. Das ist ganz einfach. Wenn wir sterben, meine Frau und ich, dann sind wir in der Ewigkeit, beim Herr Jesus. Mein Sohn ist bekehrt, meine Schwiegertochter ist bekehrt, wenn sie starben, das sind die Eltern von deinen fünf, wenn die starben, sind sie beim Herr Jesus. Ihre Kinder sind nicht verdammt, weil die Bibel klipp und klar sagt, dass die Kinder, die nicht entscheidungsfähig sind, auch nicht verdammt sind. Die sind auch nicht im Himmel, die sind nach meiner Überzeugung auf der neuen Erde, dann in diesem himmlischen Bereich, aber das ist, also ich sage, aber auf jeden Fall, die sind nicht verloren. Also muss ich doch sagen, was verliere ich letztendlich, wenn wir, statt das ganze Elend durchzumachen, blitzschnell sterben. Meine Frau sagt immer, mich soll sie gleich verschießen. Und dann sage ich, naja, so sehe ich es nicht, aber nicht. Ja, das sehe ich noch ein bisschen anders. Ne, aber wisst ihr, ich sage es ganz offen, die Bibel sagt, sei der Obrigkeit untertan, die Obrigkeit fordert seit zehn Jahren die Bürger auf, weiß bloß niemand, Katastrophenschutzbroschüre, offentlich bekannt gegeben, wir sollen uns für 14 Tage Vorräte anhäufen, wenn sie uns nicht versorgen können. Also bin ich der Obrigkeit untertan und tue das. Aber natürlich, wenn meine Nachbarn merken, dass ich die Vorräte habe und sie nicht, was passiert dann? Also, aber ihr versteht, man kann schon menschlich richtig darauf reagieren, aber das Wichtigste ist ja geistlich. Lukas 21, 28. Wenn dies alles anfängt zu geschehen, was ist Anfang des Geschehens? Die Wehen. Die Wehen. Seucher, Krieg, Hungersneut, und die Wehe vor einer Frau, ich weiß es bei meiner Frau, ich war dann beim dritten Kind, war ich schon fit, aber ich habe gelernt, wie man das macht. Ich habe dann gestoppt und ich habe gewusst, unter fünf Minuten können wir noch in die Wirtschaft zum Essen gehen. Also das haben wir dann gemacht. Also wenn die Intervalle unter fünf Minuten, da war jetzt immer noch Essen gegangen. Und wenn die Wehe wieder kommen, dann sagt die Bibel, wenn das beginnt, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Ich habe nie im Prediger gehört, was das heißt. Wisst ihr, was das heißt? Das ist ganz einfach. Was passiert, als kein Abel umbringt? Er sinkt sein Haupt. Wenn die Bibel hier sagt, erhebt eure Häupter, dann bedeutet das, ich gucke, dass ich jede Sünde, die mir bewusst ist, aus meinem Leben löschte. Dass ich wirklich das Haupt durch Jesu Blut zum Herr Jesus und zu seinem Vater im Himmel erheben kann. Das heißt, ich sorge dafür, dass ich in Ordnung mit Gott bin. Und damit sagt die Bibel, das Einzige, was du tun musst, ist dafür sorgen, dass du mit Gott in Ordnung bist durch Jesu Blut. Und dann sagt sie praktisch, Lukas 8,50, fürchtet euch nicht. Das heißt, wir brauchen keinerlei Angst haben, wir brauchen keinerlei Panik bekommen, wir können völlig ruhig sein, ich bin nicht erinnert, ich habe keinen Millimeter Angst, was passiert, ich bin völlig ruhig. Lukas 8,50 sagt, fürchte dich nicht, glaube nur, so wirst du gerettet werden. Wir brauchen nur ruhig sein und nichts machen. Und jetzt zum Schluss möchte ich euch noch etwas zeigen. Weil der Teufel ist natürlich der Verkläger der Brüder, er ist der, der von Anfang an uns letztendlich kaputt machen will, uns zerstören will. Und das macht er in der Regel durch Gedanken, die er uns reinschießt und dann fangen die Leute an, nicht mehr das Haupt zu erheben, sondern sich selber zu verdammen. Und oft ist es so, wir haben schon Leute gesagt, seltsorgerlich, wenn das passiert ist, aber wenn der Teufel mich verklagt, der hat doch recht, ich war doch so schlecht. Ist aber falsch. Und zwar, es gibt eine Begebenheit, mit der möchte ich auch schließen, die ist aber ungeheuer wichtig. Gerüchter 10. Da ist was passiert. In Vers 6. Aber die Kinder Israel taten wieder, was in den Augen des Herrn Böse war und dienten den Baalen, den Astatten, den Göttern der Arameer, den Göttern der Zidonier, den Göttern der Moabiter, den Göttern der Ammoniter, den Göttern der Philister und sie verließen den Herrn und dienten ihm nicht. Da entbrannte der Zorn des Herrn über Israel, er verkaufte sie unter die Hand der Philister und der Ammoniter. Diese zerschlugen und unterdrückten die Kinder Israel in jenem Jahr und danach 18 Jahre. 6 plus 6 plus 6, 666 Quersumme ist 18. Und Israel kam mit sehr großen Bedrängnissen. Und dann heißt es in 10, da schrien die Kinder Israel zum Herrn und sprachen, wir haben an dir gesündigt, denn wir haben unseren Gott verlassen und den Baalen gedient. Wisst ihr, es ist wie wenn heute jemand mordt und sagt, ja ich war eigentlich lau, ich habe also Gott nicht die Detail vergeben mir. Da kommt der Teufel und verklagt mich. Aber jetzt geht es weiter. Jetzt sagt Gott, habe ich euch nicht von den Ägyptern, den Ammonitern, den Ammonitern und den Philistern errettet? Und als die Zidonier, die Amalekiter und die Maoniter euch unterdrücken, habe ich euch nicht aus ihren Händen errettet, als ihr zu mir geschrien habt? Also er sagt, jetzt erinnere dich, was Gott an dir getan hat, wie er deine Gebete erhört hat, wie er dich errettet hat, was er alles Gutes an dir getan hat. Und jetzt sagt er, dennoch habt ihr mich verlassen und anderen Göttern gedient. Darum will ich euch nicht mehr erretten. Man kann persönlich aber Grenzen überschritten, wo Gott sagt, ich werde dir nicht mehr helfen. Aber es geht weiter. Geht hin und schreit zu den Göttern, die ihr erwählt habt, die sollen euch retten in der Zeit eurer Not. Und jetzt kommt das, was wir uns aneignen müssen. Das Schattenbild, zwar von Israel, ist aber schattenbildlich auf das Neue Testament übertragen, genau das Gleiche, was wir tun müssen. Jetzt erklärt er, was ich tun muss, dass Gott mir hilft, mich rettet in dieser Endzeit und durchbringt, völlig egal, wo ich als Gläubiger aus unserer Lauheit oder aus unserer Sünde herkomme. Und zwar, sehr schön, haben sie Buße getan, haben mit der Sünde gebrochen. Und zwar erklärt er es. Sie sprachen, wir haben gesündigt und jetzt kommt das wichtige Satz, mache du mit uns, was dir gefällt. Das heißt, sie haben letztendlich sich Gott auf den Altar gelegt, haben gesagt, du bist der Herr, du kannst mit uns machen, was du willst. Steht dir zu. Nur errette uns noch dieses Mal. Es gibt im Hebräischen und im Griechischen für Errettung zwei Worte. Also das eine Wort, das hier, was hier steht, heißt Nazal im Hebräischen, das meint praktisch aus unserer Not errette. Und die anderen Worte, die heißen Rettung, um in den Himmel zu kommen. Aber hier steht es gemeint, aus unserer Not. Sie bittet also, sie sagt, wir haben gesündigt, aber du darfst mit uns machen, was du willst. Nur bebittet einfach, hilf uns trotzdem. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Da taten sie die fremden Götter von sich und dienten dem Herrn, ohne dass er geholfen hat. In ihrer Not haben die angefangen, wirklich Buße zu tun. Sie haben die Sünde im Herrn bekannt, haben gesagt, du bist der Herr, du kannst mit uns machen, was du willst und haben die Götter weggetan, auf die Gefahr hin, dass er ihnen nicht hilft. Und dann heißt es, da wurde er unwillig über das Elend Israels und hat ihnen geholfen. Wisst ihr, was das heißt? Egal, wo ich oder du in dieser End sind und wir sind ja gefährdeter wie die Generationen vorher von der ganzen Sünde und der Dreck, der über unsere Haupttour drüber geht. Wenn irgendjemand von uns in irgendeine Sünde steckt oder einfach nicht rauskommt oder kämpft, wenn ihr so vorgeht, wie hier, Richter 10, müsst ihr euch merken, Richter 10, dann wird Gott uns retten. Dann können wir unsere Häupter erheben. Das heißt, wir brauchen keinerlei Angst zu haben. Ich habe keinerlei Angst. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Ich habe keine Angst vor Blackout. Ich habe keine Angst vor dem Krieg, wenn heute Russen einmarschiert. Ich habe ein russisches Wort, der Buch daheim wird mir wahrscheinlich auch nichts nutzen. Aber ich habe keine Angst. Ich habe Vorräte, ich habe alles, aber ich habe keine Angst. Es kann auch sein, es nützt mir gar nichts. Es ist völlig egal. Das Einzige, wo ich ganz penibel, eifersüchtig darauf bedacht sein muss, dass ich mit Gott in Ordnung bin. Versteht ihr? Wenn das von der Endzeitkonferenz übrig bleibt, dass wenn wir hier gehen, dass etwas klar ist, wir überleben die Endzeit nur, wenn wir mit Gott in Ordnung sind und wir brauchen keinerlei Angst zu haben, dann haben wir gewonnen. Und das ist doch das, was jeder von uns will, oder? Mache mit uns, was du willst, sagt die Bibel. Wir haben gesündigt. Nur, hilf uns nochmals, rette uns nochmals und dann taten sie die fremden Götter weg. Dann bricht man mit der Sünde und fängt da Gott zu dienen und dann sagt die Bibel, dann wurde er unwillig über das Elend Israels, dann hilft er, dann gräft er ein. Das heißt, wir haben ein perfektes Mittel, um durch die Endzeit durchzukommen. Wir müssen das nur tun. Ich möchte beten. Jesus, wir danken dir für diesen Tag der Gnade. Du siehst, wie elend wir oft sind und wie fern wir waren, aber wir sind nahegebracht durch dein kostbares und teures Blut. Und ich bete dich an, wenn ich sehe, was du für einen wunderbaren Ratschluss, den der Vater dir aufgetragen hat, für uns vollführt hast, dass wir auch in dieser Endzeit überleben können. Dass die Wiedergeburt, die Errettung, dass wir Gottes Kinder sind, gewaschen sind in deinem Blut, der Garant ist, dass wir überleben werden. Und egal, wo wir drinstecken, du wirst uns herausholen aus diesem Elend, wenn wir wirklich beginnen, dir zu dienen. Und dass du Gnade gibst und dass wir unsere Häupter wirklich erheben können und dass wir keinerlei Angst zu haben brauchen. Wir befehlen uns und unsere ganze Leben einfach dir an, unsere Familie, unsere Kinder, unsere Verwandte, unsere Ehe, alles, unser ganzes Sein. Und bitte dich einfach, Herr Jesus, du bist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Zerstöre die Werke des Teufels, in uns, in unserer ganzen Umgebung, in unserer Familie und richte du dein wunderbares Sieg in uns auf. Wir beten dich dafür. Amen. 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 Amen.